jo meine leute willkommen zu diesem neuen video der formel e saison 20 zu 21 aus london 1 von 2 mit den qualifying predictions los geht's heute um 12 uhr live auf randee und pro 7 max und von der poll startet mit event herzlichen glückwunsch der hinterfuhr eduardo montara und dritter und vierter mit andre lotterer und stoffel fandoren so das war's mit den predictions vom qualifying formel london 1 von 2 mit den predictions der formel e saison 20 22 so wenn euch das video gefallen hat lasst ein däumchen nach oben da vergisst kein abo dann nehme ich die glocke die nicht vergessen zu klären dann vermacht ihr keine benachrichtigung auf diesem channel und gute ways ciao so 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 Untertitelung des ZDF, 2020